meine ecke da kannst du mich jetzt auch noch schädigen mein gott wir hatten schon wieder geschafft meine ecke mehr alter mann ich habe mich kaputt und den auch seine freunde auch wie im bell und 1 habe ich auch mal imperator pepettin einer übergezogen jawohl du hast einen alten mann verprügelt